Moin Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um Lewis Hamilton und die Gründe, die ihn vielleicht davon abhalten könnten, in der Formel 1 2022 wieder zurückzukommen. Wenn ihr mehr Bock habt auf Videos, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr gar nichts und ich würde mal sagen, jump right into the video. Los geht's! Die Spekulationen über Hamiltons Zukunft in diesem Sport begannen, nachdem er den Weltmeistertitel beim großen Preis von Abu Dhabi verloren hatte. Wie wir wissen, hatte Hamilton das Rennen dominiert, doch einige Runden vor Schluss kam das Safety Car heraus und Max Verstappen wechselte nochmal an einen frischen Soft an der Box, während Hamilton draußen blieb. Das war natürlich fatal, aber die Kontroverse kam in der vorletzten Runde. Zuvor wurden den Autos gesagt, dass sie sich nicht selbst überrunden dürfen, das war Michael Masi der Rennleiter. Aber in der letzten Runde entschied dann Michael Masi dementsprechend dann doch, dass nur diejenigen, die zwischen Hamilton und Verstappen lagen, dies tun durften und sich nicht einmal zum Ende des Feldes aufschließen müssten. Das bedeutet, dass einfach die Autos direkt überrunden durften und damit hatte Verstappen direkt die Chance, in einer Runde den Hamilton den Titel abzunehmen. Mercedes legte Einspruch gegen das Ergebnis ein, welches bei der Untersuchung vorlag, zog diesen aber später zurück, weil die FAA eine Untersuchung der Safety Car Phase in der letzten Runde zugesagt hatte. Seitdem haben wir nichts mehr von Hamilton gehört und die Äußerungen von Mercedes-Teamchef Toto Wolff, er sei sich nicht sicher, ob Luis zurückkehren werde, haben die Frage aufgeworden, ob er sich zurückziehen werde. Und Craig Slater von Sky Sport sagt am Montag, es ist immer noch unklar, ob Hamilton überhaupt zurückkehren möchte und das Ganze liege wirklich an der FAA. Erkenntnisse über die Geschehnisse zu gewinnen und er fügt auch hinzu, dass Mercedes natürlich etwas Handfestes sehen will, das dann vorgelegt wird. Je länger sich diese Sache hinzieht, denke ich wirklich, desto schlimmer ist die Situation von Luis Hamilton. Und das kommt von einer hochrangigen Quelle, wie gesagt von Sky Sport. Es sieht also so aus, als ob die Möglichkeit bestehe, dass Luis in der kommenden Saison nicht mehr antritt, wegen dieser ganzen Sache. Und es scheint auf diese Untersuchung der FAA hinaus zu laufen. Dabei geht es im Wesentlichen um die Entscheidung, ausgewählten hinteren Fahrern, also den überrundeten, sich hinter dem Safety Car zu überrunden und das Rennen eine Runde vor dem sportlichen Reglement, wie es da geschrieben ist, wieder aufzunehmen. Obwohl die FAA einen anfänglichen Protest von Mercedes nach dem Rennen ja zurückwies, das gegen die Regeln verstoßen wurde und sagte, dass andere Regeln es Masi erlauben, mit dem Safety Car zu tun, was er will, entschied sie sich angesichts der Reaktionen, die sie erhielt, mit einer Untersuchung zu reagieren. Das bedeutet, es gab die neue Untersuchung und dann ging es weiter. In einer Erklärung vom 15. Dezember erklärte die FAA zum Beispiel, sie habe erkannt, dass die Folgen der Ereignisse in Abu Dhabi dem Image der Meisterschaft schaden und fügte hinzu, sie werden die Vorfälle mit allen relevanten Parteien untersuchen, das heißt allen Vorsitzenden in der ganzen FAA. Wenn sich das verzögert und Mercedes und Hamilton mit den Ergebnissen unzufrieden sind, könnte das tatsächlich dazu führen, dass Hamilton eine Auszeit nimmt oder sogar seine ganze Karriere in der Formel 1 aufgibt. Aber ich glaube ganz ehrlich nicht daran, dass das passieren wird, denn der Start der neuen Formel 1-Saison rückt ja auch immer näher und Mercedes hat bereits schon getwittert, dass Hamilton 2022 wahrscheinlich wieder dabei sein wird. Da gab es ja diesen kontroversen Post von ihnen mit dem Bild Hamilton und dem 2022. Und dass Hamilton 2022 wieder dabei ist, ist deswegen für mich eine Möglichkeit. Und während Luis geschwiegen hat auf Social Media, ist er auf keinen Fall verpflichtet, in den sozialen Medien auch zurückzukehren und Updates zu liefern. Wenn er das Gefühl hat, dass er sich von allem zurückziehen möchte, ist das meiner Meinung nach seine Entscheidung und das müssen wir alle respektieren. Und dann gibt es noch den zweiten Punkt, dass es im Jahr 2022 viele Änderungen gibt, das heißt, auf die man sich freuen kann. Wir bekommen die neuen Regeln, wir bekommen einen neuen Teamkollegen für Luis, nämlich Russell. Und ich denke auch, dass Hamilton zudem die Motivation braucht, um jetzt nochmal Vollgas zu geben und jetzt dann auch 2022 seinen 8. WM-Titel zu holen. Aber was denkt ihr, Freunde? Würde mich mega interessieren. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare rein, damit wir da so eine kleine Diskussion durchstarten können. Und dann abonniert den Kanal, um in Zukunft, wie gesagt, keine Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.